Aber gut, fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Thema an, nämlich Sprache und Kulturschock. Wie schlimm ist denn das Ganze eigentlich? Oft wird ja gesagt, dass Chinesisch die schwerste Sprache der Welt ist, vielleicht zusammen mit Isländisch und Russisch und ich kann dem tatsächlich auch nur zustimmen. Chinesisch bzw. Putonghua, also Mandarin, ist eine sehr, sehr schwer zu sprechende und zu lernende Sprache. Man muss natürlich differenzieren zwischen den Schriftzeichen, dem Pingying, das heißt der eigentlichen Lautschrift und natürlich dann auch nochmal der Bedeutung von diesem bestimmten Wort und natürlich auch nochmal dem Kontext, in dem das Wort steht. Im Chinesischen ist es natürlich so, dass du vier unterschiedliche Töne hast, nämlich einmal praktisch den sehr langen Ton, zum Beispiel das Ma, dann hast du einmal das Ma, das etwas Fragen klingt, dann einmal das kurze Ma und dann auch nochmal das Ma, das praktisch von unten einmal nach oben geht. Und das sind praktisch die vier Töne. Es ist wirklich schwer, diese vier Töne zu erlernen, es kostet natürlich ein wenig Arbeit, du wirst definitiv am Anfang, wenn du diese Töne lernst, nicht mit den Tönen bzw. überhaupt dem Aussprechen der Töne klarkommen, bloß mit der Zeit wird das Ganze besser werden und vor allen Dingen wirst du auch mit der Zeit immer schneller sprechen, wenn du jetzt Mandarin sprichst und dann muss ich ehrlich zugeben, dass oft die Töne jetzt nicht so extrem wichtig sind, wie man denkt. Nämlich wenn du zum Beispiel etwas sehr, sehr schnell sprichst, dann ergibt sich daraus natürlich auch irgendwie der Content, ob das nun Ma, Ma, Ma oder Ma ist, also das wird ganz, ganz schnell dann irgendwann auch schon so sein, dass einfach im Kontext das eigentliche Ma dann das richtige Ma sein wird. Nämlich viele Leute wissen nicht, dass praktisch die Töne natürlich auch eine Bedeutung wiedergeben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Wörter habe wie Ma oder Ma oder Ma oder Ma, dann sind das unterschiedliche Begriffe. Das eine kann heißen Pferd, das andere kann heißen praktisch schon Fragewort, dann gibt es eins, das kann heißen, oder zumindest ein Teil von Mutter, von Mama, das wäre halt Mutter. Das heißt, es gibt unterschiedliche Bedeutungen für jedes einzelne Schriftzeichen und jeder einzelne Ton hat natürlich auch praktisch eine Bedeutung. Eigentlich musst du dir aber nur Folgendes merken, es gibt ein Schriftzeichen, dazu gibt es eine bestimmte Lautschrift, das heißt, es wird in einem bestimmten, es wird bestimmt ausgesprochen und dazu gibt es, wie gesagt, eine Bedeutung, also sei es dann zum Beispiel, ja, Ma, Ma wäre halt Mutter. Ist die Sprache schwer zu erlernen? Hatte ich ja gerade schon mal gesagt, ja, ist sehr, sehr schwer zu erlernen. Du wirst definitiv, auch wenn du sehr, sehr hart arbeitest für die ersten sechs Monate, so gut wie nichts verstehen. Ich hatte damals ziemlich genau zehn Stunden am Tag chinesisch Unterricht, weil ich halt, wie gesagt, in China erstmal kurzzeitig auf einer internationalen Schule war, wo ich halt Mandarin lernte, bis hin zum sogenannten HSK-4-Examen, der Hanyu Shui Ping Kao Shui. Das bedeutet einfach nur das chinesische Level, da gibt es praktisch Level 1 bis 6 und wenn du mindestens das Level 4 hast, darfst du an einer chinesischen Universität studieren. Ich bin derzeit auf Level 5, also HSK 5, trainiere aber gerade für HSK 6. Das ist also schon doch, doch ziemlich, ziemlich schwer. Ja, HSK 6, da musst du schon fast ein Chinese sein, um HSK 6 tatsächlich bestehen zu können. Aber wie auch immer, ich habe ungefähr sechs Monate gebraucht, damit ich überhaupt irgendwas verstehe. Du wirst in den ersten sechs Monaten absolut nur Bahnhof verstehen und das ist auch meines Erachtens absolut gar kein Problem. Man darf halt bloß einfach nicht die Vorstellung haben, dass du halt nach China gehen wirst, du wirst eine Woche irgendwie eine Sprache lernen und zack, kannst du auf einmal mit den Leuten kommunizieren. Das wird definitiv nicht der Fall sein. Es ist grundsätzlich auch eine sehr gute Idee, schon mal bevor man nach China geht, Chinesisch zu lernen. Habe ich das Ganze gemacht? Nein. Ich bin im Flieger nach China geflogen und hatte dann auch versucht, die Zahlen von 1 bis 10 zu lernen. Also ich konnte absolut gar kein Chinesisch, als ich rübergegangen bin. Ich habe dann ein Jahr lang am Stück jeden Tag mindestens 10 Stunden Chinesisch gelernt und konnte dann halt, wie gesagt, das HSK 4-Examen bestehen, habe dann gelernt, hier weiter noch bei mir zu Hause in Berlin wieder zum HSK 5 zu kommen und jetzt, wie gesagt, trainiere ich für HSK 6. Dann noch natürlich, wie ist das genau mit dem Kulturschock? Wie groß ist der Kulturschock? Es kommt natürlich darauf an, wo du in China bist. Zum Beispiel größere Städte, wie zum Beispiel Shanghai oder Beijing, sind jetzt vielleicht nicht unbedingt Städte, die dir so einen gigantischen Kulturschock machen werden. Wenn du jetzt zum Beispiel in kleinere Städte gehst, zum Beispiel in sogenannte Third-Tier- oder Second-Tier-Cities, also praktisch Städte, die vielleicht noch nicht besonders so entwickelt sind und vor allen Dingen, wo halt noch nicht besonders viele Westler wohnen, dann kann es definitiv sein, dass du einen sehr, sehr großen Kulturschock kriegen wirst. Vor allen Dingen natürlich, das Essen wird anders sein, die Leute werden eine Sprache sprechen, die du nicht kannst. Du wirst auch vor allen Dingen auch auf viele Geflogenheiten Wert legen müssen. Die Leute sind anders als hier und grundsätzlich muss man aber sagen, dass Chinesen sehr verzeihend sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht irgendwie die Sprache gut kannst, da wird dich niemals jemand für irgendwie anklagen, im Sinne von, dass sie sagen, ah, der doofe Weigwarian, also praktisch der doofe Ausländer, der kann kein Chinesisch, mach dir darüber keine Sorgen. Jeder Chinese dort draußen, der einen Westler sieht, der ein bisschen zumindest Chinesisch kann oder zumindest ein paar Worte, die werden dir tausendmal in den Kopf werfen, wie toll du doch Chinesisch sprechen würdest und so weiter und so fort. Also es sind wirklich großherzige, nette Menschen drüben in China und du wirst keinesfalls ein Problem damit haben, diesen Kulturschock, sag ich jetzt mal, zu überstehen. Es gibt viele Leute natürlich, die diesen Kulturschock nicht mögen. Es gibt viele Leute, die sagen, okay, China gefällt ihnen nicht, andere Leute lieben China. Es ist halt wirklich sehr zweigeteilt. Ich denke immer, du liebst China oder du hast es. Bei mir ist es halt so, ich liebe China wirklich über alles. Bei vielen, vielen anderen Leuten ist es so, dass sie halt das Land nicht mochten, weil sie einfach nicht mit dem Kulturschock klargekommen sind beziehungsweise sich einfach gesagt haben, okay, das ist mir ein zu großer Kulturschock und natürlich ist das vollkommen legitim. Ich glaube halt, so ein Land nicht zu bereisen und nicht in das Land einfach mal zu gehen, ist auch ein großer Fehler.